Wenn wir mit einer Kortisontherapie beginnen, stellt sich immer die Frage an uns Ärzte, Herr Doktor, wann wirkt die Therapie? Wie schnell merke ich eine Verbesserung? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass wir die Wirkung einer Kortisontherapie in einem Großteil der Fälle sehr rasch erleben. Als sehr rasch verstehe ich hier, dass wir Therapieansprechen innerhalb von einigen Tagen sehen. Das ist auch der Zeitraum, den das Kortison braucht, um die entsprechenden Entzündungsprozesse im Körper entsprechend unterdrücken zu können. Das heißt, Ansprechen innerhalb einer Woche ist etwas, was wir sowohl bei lokalen als auch bei systemischen Therapien sehen. Bei allergischen Reaktionen mit deutlich höheren Kortisongaben sehen wir natürlich ein entsprechend schnelleres Ansprechen. Bei allergischen Indikationen für die Kortisontherapie sehen wir das Ansprechen meistens innerhalb von Stunden. Kortison ist hier ein ganz wichtiger Bestandteil, um allergische Spätreaktionen oder Zweitreaktionen zu unterbinden und wird daher sehr häufig bei Unverträglichkeiten, Insektengiftallergien zur Anwendung gebracht. Was ist die Kortisontherapie? Unter einer Kortisontherapie gibt es doch gewisse Punkte, die auch der Patient beachten sollte und entsprechend handeln sollte. Meistens werden diese Punkte im Arzt-Patientengespräch entsprechend schon beachtet und auch entsprechende Empfehlungen ausgesprochen. Wichtig ist es natürlich, dass unter Kortison es unter gewissen Begleitmedikamenten zu Interaktionen, sogenannten Wechselwirkungen, kommen kann. Sollten Sie unter einer Kortisontherapie aus irgendwelchen Gründen auch noch andere neue Medikamente verschrieben bekommen, wäre es gut, diesbezüglich nachzufragen, ob es hier keine Wechselwirkung zur Kortisonpräparation gibt. Gräbfrottsaft in hohen Mengen unter Kortisontherapie ist nicht gut, weil hier der Abbau von Kortisol und Kortison gehemmt wird und es dadurch zu höheren Wirkungen mit mehr Nebenwirkungspotenzial kommen kann. Im Weiteren gibt es unter Kortisontherapien oftmals die Notwendigkeit, sogenannte Begleittherapien bereits vorab zu beginnen. Zum Beispiel bei Patienten mit bekannter Knochenschwäche oder Knochenschwund ist es wichtig, unter Kortisontherapie eine entsprechende Calcium- und Vitamin-D3-Substitution mit zu verschreiben, um hier einen Knochenabbau, der relativ rasch unter Kortisontherapie auftreten kann, hin anzuhalten. Und auch bei Patienten mit Blutdruck- oder Blutzuckererkrankungen ist es wichtig, diese Werte regelmäßig zu kontrollieren, weil Kortisol natürlich auch zu einer vermehrten Bereitstellung von Blutzucker führt und durch Änderungen im Salzwasserhaushalt die Blutdruckwerte erhöhen kann. Einen weiteren Punkt, den ich noch hier kurz anführen möchte, sind auch Kortisonwirkungen auf unser Auge. Hier gibt es zwei Sachen zu bedenken. Kortison kann zu einer Erhöhung des Augeninnendrucks führen, der sogenannte grüne Starr. Sollte es zu Sehverschlechterungen oder Schmerzen im Auge kommen unter Kortisontherapien, wäre es hier wichtig, entsprechend den Augenarzt zu kontaktieren. Und es kann auch zu Trübungen der Linse kommen, der sogenannte graue Starr, eine Begleitreaktion von Kortison, vor allem bei längerfristiger, hochdosierter Therapie. Kontrollen unter Kortisontherapie gestalten sich vielfältig. Einerseits sind natürlich Kontrollen vom verschreibenden Arzt vorgesehen, bei denen wir in Therapie ansprechen oder auch mögliche Nebenwirkungen in der Kortisontherapie in gewissen Zeitabständen kontrollieren. Sie sollten auf jeden Fall diese Kontrollen wahrnehmen, um hier einerseits zu sehen, wie gut die Kortisondosis wirkt, ob man die Kortisondosis nach gewissen Zeitabständen bereits reduzieren kann oder doch längerfristig eine gewisse höhere Dosis benötigt. Neben den Kontrollen für den Grund der Kortisontherapie ist es aber auch notwendig, dass man auf den Blutdruck, vor allem den Blutzucker, achtet. Patienten mit bekannter Blutzuckererkrankung, Diabetes mellitus-Patienten, sollen auf jeden Fall ihre Blutzuckerwerte unter Kortisontherapie engmaschiger kontrollieren, weil es gerade bei Blutzuckerkrankungen zu Blutzuckerhöhungen oder auch Blutzuckerkrisen kommen kann. Die Aufnahme des Kortisons ist ein sehr wichtiger Punkt in der Therapie. Wenn ich hier noch kurz etwas länger ausholen darf zum Verständnis, unser körpereigenes Kortison unterliegt einer sogenannten 24-Stunden-Dynamik. Wir reden auch hier von der zirkadianen Rhythmik. Normalerweise wird Kortison in unserem Körper in den frühen Morgenstunden mit den höchsten Werten produziert und fällt im Laufe des Tages ab. Dementsprechend wäre es auch wichtig, Kortisontherapien, die wir systemisch zu uns führen, das sind vor allem Tablettentherapien, auch in den frühen Morgenstunden zu nehmen, um diesen Kreislauf widerspiegeln zu können. Sollten Kortison-Tabletten zu anderen Tageszeiten, später Nachmittag oder Abend genommen werden, kann es durch Verschiebungen des körpereigenen Kortisonspiegels zu Unverträglichkeiten im Sinne von Schlafstörungen, Durchschlafstörungen kommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, Kortison vor allem in den frühen Morgenstunden einzunehmen. Kortison kann mit den Nahrungsmitteln aufgenommen werden und wird normalerweise sehr gut über unseren Verdauungstrakt reserviert und in den Körper aufgenommen. Bei Lokaltherapien ist es wichtig, dass wir hier den entsprechenden Empfehlungen folgen. Sehr wichtig ist es vor allem bei der häufig gebrauchten Inhalationstherapie, dass diese Therapien idealerweise vor einer Mahlzeit stattfinden, dass wir nach der Inhalatotherapie den Mund gründlich ausspülen, weil bei Verbleiben von Kortison-Anteilen im Mund-Rachenraum das Risiko für Pilzinfektionen in diesem Bereich deutlich erhöht ist. Und bei lokal wirksamen Kortison-Therapien in der Speiseröhre sind die Einnahmemodalitäten wiederum anders. Hier ist es wichtig, sich nach den Empfehlungen des verschreibenden Arztes zu richten. Kortison-Therapien